Hallo ihr Lieben, heute Teil 5, also der letzte Teil unseres Musicalquizes fürs Erste. Ich hoffe ihr hattet bis jetzt Spaß mit der Reihe, wie gesagt, 8 Sekunden, dann Auflösung, es sind wieder schöne Musicals dabei, muss ich sagen, schreibt mir unten in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, lasst den Daumen da und abonniert den Kanal. Demnächst, wie gesagt, wie versprochen, geht es an die Freizeitparks und Wasserparks. Ich hoffe, dass ich bald wirklich alle Antworten zusammen habe und ich würde mich freuen, wenn wir uns hier auf dem Kanal wiedersehen, beziehungsweise auf einem von unseren Kanälen wiedersehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.